Wir haben oft die Erfahrung, dass Menschen sagen, ja, im Bereich Schule, da haben wir schon Nachhilfe oder da haben wir ja schon andere Lösungen. Oft ist es aber so, dass sich die Ausläufer häufig von Problemen nur im Bereich Schule oder in anderen Bereichen befinden und die Ursachen ganz woanders. Darum setzen wir uns als Experten mit ihrem Kind wirklich individuell hin und schauen mal, wo bestimmte Probleme eigentlich liegen könnten oder an welchen Stellen denn ich vielleicht als Kind auch noch Unterstützung haben möchte oder kann, wo es dann auch mal nicht Schule ist, weil es ganz andere Sachen betrifft, andere Lebensbereiche betrifft, andere Ideen betrifft oder einfach Gedanken sind, die nicht ganz klar sind. Also nicht nur der Bereich Schule wird abgedeckt, sondern generell sind wir eine Unterstützung fürs Kind, ganzheitlich in seiner Wahrnehmung, in dem, wie es lebt im ganzen Umfeld. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ich nicht nur Teilaspekte begutachte und schaue, sondern mir das Ganze, den ganzen Menschen anschaue, um dann sinnvolle Lösungen an der richtigen Stelle auch anzubieten.